Mein Kollege Jörg Schönborn steht im Studio in Hamburg und liefert uns die Fakten zur Wahl. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Schier. Und wir beginnen mit dem letzten Stand der Hochrechnung. Es gibt so etwas, was man hier in Hamburg vorläufiges Ergebnis nennt. Man muss sich das so vorstellen, der wesentliche Teil der Stimmen ist gezählt, aber morgen früh fängt man wieder von vorne an, dann kann es noch zu kleineren Verschiebungen kommen. Trotzdem, politisch steht das Ergebnis dieser Wahl fest. Sie haben es gesagt, ich liefere die Zahlen dazu. Die SPD hat einen Dämpfer bekommen, noch 45,7. Die CDU rutscht ab, allzeit tief 15,9. Für die Linke ist 8,5, eins ihrer besten Ergebnisse in Westdeutschland. Die FDP freut sich über 7,4 Prozent, bleibt in der Bürgerschaft, bricht den Trend. Die Grünen stark mit 12,2 und die AfD schafft mit 6,1 den Sprung in die Bürgerschaft. Das erste Mal in einem westdeutschen Bundesland. Die SPD ist also der große Sieger dieses Wahlabends. Aber die SPD hat die absolute Mehrheit verloren. Woran liegt das? Ja, die SPD hat Stärke und Schwäche zugleich gezeigt. Die Stärke liegt vor allem im Kandidaten Olaf Scholz, der einen klar wirtschaftspolitischen Kurs gefahren hat. Noch nirgendwo bei all den Landtagswahlen, die wir seit 20 Jahren beobachten, haben wir die SPD mit einer derart starken Wirtschaftskompetenz gesehen. 47 Prozent, das ist allzeithoch, hat sich nochmal verbessert. Eigentlich ein klares Kernfeld der CDU. Ähnliche Werte haben allenfalls seinerzeit Wolfgang Klement in NRW oder einst Gerhard Schröder in Niedersachsen gehabt. Aber auf der anderen Seite fällt auch auf, das Thema soziale Gerechtigkeit hat Olaf Scholz eher vernachlässigt. Da sind 45 Prozent für einen siegenden Sozialdemokraten kein Spitzenwert. Man kann es ganz klar sagen, im Grunde ist es das Gegenmodell zu Angela Merkel. Er hat die SPD in Hamburg so weit nach rechts geschoben wie vermutlich in keinem anderen Bundesland. Ja, auch an einer anderen Stelle das Gegenmodell zum Bund, denn die CDU ist der große Verlierer in Hamburg. Minus 5 Prozent. Wie erklären Sie diese Talfahrt? Ja, das ist bodenlos. Und wie bodenlos das ist, das zeigt, wenn man nicht die Prozente, sondern über die beiden letzten Legislaturperioden die Zahl der Wählerinnen und Wähler mal aufträgt. Alles begann mit dem Abgang von Ole von Beust. Er hatte die CDU zu hohen Erfolgen getrieben. Und dann beginnt die Abwärtskurve. Man muss sich das in Zahlen nur mal ansehen. In der vorletzten Wahl noch 330.000 Wähler, jetzt noch 114.000. Das ist ein Drittel, was da übrig geblieben ist. Zwei Drittel sind abgesprungen von der Wählerwanderung her in alle Richtungen. Und wie tief diese Wahl ins Fleisch der Union schneidet, das zeigt die Altersverteilung. Wir wissen, das Stammklientel der CDU sind die Rentnerinnen und Rentner. Und wenn wir uns die Gewinne und Verluste in den einzelnen Altersgruppen ansehen, dann merken wir gerade hier unten, wo es wehtut. 60 bis 69 Jahre, minus 9. 70 Jahre und älter, minus 13. Bei den Alten hat die Union massiv verloren. Das bedeutet, selbst die Treuesten der Treuen sind von der Fahne gegangen. Die totgeglaubte FDP bleibt in der Bürgerschaft, feiert sich und die Spitzenkandidatin Katja Suding. Lag es an ihr, dass die FDP so hervorragend abschnitt? Auch, denke ich. Aber ein guter Cocktail, der richtig gut schmeckt, braucht ja Zutaten, die aufeinander abgestimmt sind. Wir haben die Wählerinnen und Wähler, die sich in Hamburg für die FDP entschieden haben, danach gefragt, welchen Aussagen über die Partei sie zustimmen. Und da steht ganz oben mit eigentlich knapp 100 Prozent, es wird eine Partei gebraucht, die klar für die Marktwirtschaft steht. Das heißt, die FDP-Wähler bekennen sich zuallererst zum Kerninhalt der neuen FDP. Dann sagen knapp zwei Drittel, ihr ist ein Neuanfang mit Christian Lindner an der Spitze gelungen. Also die bundespolitische Komponente wichtig. Aber auch knapp 60 Prozent sagen, ohne Katja Suding hätte sie in Hamburg keine Chance gehabt. Manchmal braucht man ja einfach das Glück, dass die richtigen Dinge zusammenpassen und zusammenkommen. Die AfD ist zum ersten Mal in ein westdeutsches Landesparlament eingezogen. Ist sie damit endgültig angekommen im deutschen Parteiensystem? Angekommen, ja. Ob sie bleibt, glaube, das lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sagen. Mir fällt auf, dass sie bei den Wahlen der letzten zwei Jahre völlig unterschiedliche Themen gehabt hat. Bei der Bundestags- und Europawahl war es der Euro als klassisches Thema in Ostdeutschland, war es das Familienbild, es war Kriminalität, Einbrüche in Brandenburg und jetzt hier in Hamburg am ehesten die Flüchtlinge in der Stadt. Das heißt, die Partei lebt von den Enttäuschten. Wenn man die Wählerinnen und Wähler fragt, ob sie aus Überzeugung für ihre Partei stimmen oder aus Enttäuschung über andere Parteien, dann sagt eigentlich die große Mehrheit, ich bin überzeugt von der Partei, der ich meine Stimme gegeben habe. Nur bei der AfD ist es umgekehrt. Da sagen über 70 Prozent der Wählerinnen und Wähler, ich habe die aus Enttäuschung über andere gewählt. Also, das ist klassisches Protestwählerprofil und eine unstetere Laufkundschaft als die Protestwähler gibt es nicht. Also, insofern angekommen, ja. Aber ich glaube, die AfD hat einen harten Weg vor sich, wenn sie wirklich im Parteiensystem bleiben will. Fakten zur Wahl von Jörg Schönborn. Herzlichen Dank nach Hamburg. Ja, was für ein Unterschied.